Fruchtleder ist eine gesunde Alternative zu Gummibärchen und Co. und ist im Nu zubereitet, da die meiste Arbeit der Backofen macht. Und hierzu braucht ihr 500 Gramm Beerenobst eurer Wahl. Und hier sind auch keine Grenzen gesetzt. Zusätze wie Pfefferminze, Honig, Vanille oder Ingwer könnt ihr auch zugeben. Das Ganze wird dann 30 Sekunden zu einem Mousse püriert. Wenn da ein paar Kerner dazwischen sind, das Ganze nochmal durch ein Sieb streichen. Dann den Mousse auf ein Backblech streichen, ca. 1 cm dick und bei 60 bis maximal 80 Grad Umluft im Backofen für 3 bis 5 Stunden trocknen lassen. Dabei die Backofentür einen Spalt offen lassen, damit der Wasserdampf entweichen kann. Das Fruchtleder ist fertig, wenn die Oberfläche fest ist und nicht mehr klebt. Jetzt könnt ihr es in Streifen schneiden, aufrollen, nett verpacken, verschenken oder einfach auch nur genießen.